Mit diesem 2000 Euro Gaming PC müsst ihr keinerlei Kompromisse eingehen. Eine Hammer Gaming Performance, die neuesten Hardware Komponenten und natürlich eine auffällige RGB Beleuchtung. Wenn du derzeit auf der Suche nach einem solchen High End Gaming PC bist, dann solltest du nun unbedingt dranbleiben, denn in dem heutigen Review schauen wir uns diese PC Konfiguration bis ins kleinste Detail an und runden das Ganze selbstverständlich um viele verschiedene Praxiswerte und Benchmark Messungen ab. Alles, was du zu diesem X-Ware Gaming PC Highlight wissen solltest, erfährst du gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Nachdem wir uns zuletzt vor allem preiswerteren PC Konfigurationen gewidmet haben, präsentiere ich euch heute mal zur Abwechslung einen besonders sehenswerten High End Gaming PC, den ich so für euch konfiguriert habe. Die Einzelteile kosten momentan rund 2000 Euro, also schon wirklich eine ganze Menge, doch das, was ihr im Gegenzug an Gaming Performance bekommt, ist absolut beeindruckend und von daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Konfiguration wirklich top. Wünscht ihr euch das Rundum-Sorglos-Paket, also mit Zusammenbau, Windows-Installation und allem drum und dran, sodass ihr den PC nur noch anschließen müsst und direkt loszocken könnt? So möchte ich euch hier für meinen PC-Shop-Partner Krotus Computer ans Herz legen. Für einen fairen Aufpreis von ca. 175 Euro, also für insgesamt 2175 Euro, bekommt ihr dieses Gaming Monster fertig zusammengebaut und sofort einsatzbereit ganz bequem zu euch nach Hause geliefert, inklusive zweijähriger Garantie, persönlichem Support etc. Beide Links, also sowohl zum PC auf Krotus Computer als auch zur Geizheitswunschliste, habe ich euch ganz oben in die Videobeschreibung gepackt. Doch was genau steckt unter der RGB-Haube und womit kann dieser 2000 Euro Gaming-PC konkret punkten? Das wäre einerseits für den leistungsstarken Prozessor, denn dabei habe ich mich für kein geringeres Modell als für den brandneuen Intel Core i5-13600KF entschieden, meinem persönlichen Favoriten aus dem neuen Intel Raptor Lake Line-Up. Er überzeugt nicht nur mit einer absolut grandiosen Gaming-Performance, sondern hat auch in Sachen Multicore-Leistung so einiges auf dem Kasten. Er eignet sich also auch wunderbar für Anwendungsbereiche wie Streaming, Content Creation oder Rendering-Aufgaben. Hierfür bietet er 6 Performance- und 8 Effizienzkerne, insgesamt also 14 Kerne bei 20 Threads. Die E-Cores takten dabei standardmäßig mit 2,6 GHz, wohingegen die P-Cores mit 3,5 GHz Basis und bis zu 5,1 GHz Turbo-Takt daherkommen. Oben drauf gibt es einen 24 MB großen Level 3 Cache, 20 MB L2 Cache und PCI Express 5.0 Support. Als letzte CPU-Generation für den Sockel LGA 1700 unterstützen die Raptor Lake Prozessoren sowohl DDR4- als auch DDR5-Arbeitsspeicher und werden allesamt mit einer 125 Watt hohen Prozessor Base Power gelistet und der i5-13600K mit einer Maximum-Turbopower von 181 Watt. Den tatsächlichen Stromverbrauch in der Praxis sowie die daraus resultierenden Temperaturwerte schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal etwas genauer an. Und apropos Temperatur, natürlich darf bei einem solch leistungsstarken CPU-Modell auch eine entsprechend angemessene CPU-Kühlung keinesfalls fehlen und deshalb fiel meine Wahl hierbei auf die Be Quiet Silent Loop 2 Wasserkühlung in der 240mm Ausführung. Eigentlich wollte ich ursprünglich die Pure Loop 2 FX verbauen, doch diese Wasserkühlung ist momentan leider nur sehr schwer lieferbar, weshalb ich mich letzten Endes doch für die Silent Loop 2 entschieden habe. Sie wird mit zwei 120mm großen Silent Wings 3 Lüftern ausgeliefert, die in der Spitze sage und schreibe 2200 RPM erreichen. Die Silent Loop 2 ist extrem hochwertig verarbeitet, macht einen sehr eleganten Eindruck und wird optisch abgerundet durch eine schicke ARGB-Beleuchtung am Pumpenblock. Wer noch etwas sparen möchte und auf optische Extras verzichten kann, hat natürlich auch die Möglichkeit zu einer günstigeren AIO-Wasserkühlung zu greifen, wie zum Beispiel zur Be Quiet Pure Loop oder aber zu Modellen anderer Hersteller. Passend zur Wasserkühlung habe ich mich diesmal für das Pure Base 500 DX Gehäuse, ebenfalls aus dem Hause Be Quiet, entschieden. Wer lieber gleich die volle Dröhnung RGB haben möchte, schafft sich am besten direkt die FX-Variante mit vorinstallierten Lightwings-Lüftern an, doch diese kostet mittlerweile knapp 30 Euro mehr und das muss dann letzten Endes jeder für sich selbst abwägen. Die DX-Version ist zwar etwas schlichter gehalten, verfügt aber ebenfalls über einen doppelten ARGB-Leuchtstreifen an der Vorderseite und über einen ARGB-Stripe im Gehäuseinneren. Für einen guten Airflow sorgen dabei drei vorinstallierte, 140mm große Pure Ring-Spy-Lüfter hinter einer Mesh-Front sowie drei wechselbare Staubfilter. Das Gehäuse misst ungefähr 46 x 45 x 23 cm, ist schallgedämmt, verfügt über ein Glasseitenteil und bietet ausreichend Platz für hohe CPU-Kühler, lange Grafikkarten-Modelle, Radiatoren bis 360mm und insgesamt fünf SSD-Positionen. Das I.O.-Panel auf der Oberseite umfasst neben einem USB 3.1 Typ-C-Anschluss einen weiteren USB 3.0 A-Header, zwei Klinkenanschlüsse, den obligatorischen Power-Button sowie einen Switch zur Steuerung der RGB-Beleuchtung, wobei wir in unserem Falle dafür auf die Mainboard-Software zurückgreifen, was uns im nächsten Schritt zur verwendeten Hauptplatine führt. Hierbei kommt das Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 zum Einsatz, ein ca. 240 Euro teures Motherboard in einer grau-schwarzen Optik mit ein paar schicken RGB-Akzenten. Es bietet mehr als ausreichend Anschlussmöglichkeiten, wie z.B. 4 M.2 Slots, eine PCI Express 5.0 Schnittstelle für eure Grafikkarte sowie zwei weitere PCI Express 3.0 Slots für sämtliche Erweiterungskarten mit einer Anbindung von jeweils vier Lanes. Wie der Produktname unschwer vermuten lässt, kommt diese Z690er Platine mit vier DDR4-Steckplätzen daher, die laut Datenblatt bis zu 5333 MHz Taktrate unterstützen. Mit Blick auf die Zukunft könnt ihr euch natürlich auch von vornherein für die knapp 50 Euro teurere DDR5-Platine entscheiden, müsst dann allerdings auch die höheren RAM-Kosten berücksichtigen und habt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keinen lohnenswerten Mehrwert durch DDR5. Und apropos Arbeitsspeicher, hierbei fiel meine Wahl diesmal auf ein auffälliges RGB-Kit, um genauer zu sein auf den altbekannten G-Skill Trident Z-Arbeitsspeicher. Zwei 16GB-Module mit 3600 MHz Taktfrequenz bei Latenzen von CL18222242 werden im Rahmen dieser PC-Konfiguration verbaut und damit seid ihr für die nächsten Jahre bestens aufgestellt. Gleiches gilt auch für den SSD-Speicher in Form der Crucial P5 Plus mit einem Terabyte Speicherkapazität. Diese NVMe SSD erreicht dank PCI-Express 4.0-Unterstützung eine Schreibrate von bis zu 5000 MB pro Sekunde und sogar bis zu 6600 MB pro Sekunde im Leseprozess. Sie ist dabei mit 3D-Nan TLC-Chips ausgestattet, punktet mit einer 5-jährigen Herstellergarantie und ist schon für ca. 110 Euro auf dem Markt erhältlich. Doch nun nochmal kurz zurück zum Mainboard. Das Z690 Aorus Elite hat nämlich noch weitere interne Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten im Petto. Einerseits 6 4-Pin-PWM-Lüfteranschlüsse, einen internen USB 3.1 Typ-C-Header, 6 SATA-Schnittstellen und außerdem 4 RGB-Ports, jeweils 2 als 3- bzw. 4-Pin-Ausführungen. Andererseits dürft ihr euch auf nette Extras, unter anderem auf einen 7.1 Onboard-Soundchip, sowie auf einen internen BIOS-Reset- bzw. BIOS-Flashback-Button freuen. WLAN ist von Haus aus nicht mit an Bord. Falls ihr darauf Wert legt, bestellt euch hierfür entweder eine dedizierte WLAN-Karte dazu, wie z.B. diese hier von Gigabyte, oder entscheidet euch alternativ für einen herkömmlichen WLAN-USB-Stick als externe Lösung. An der Rückseite bzw. am IOShield erwarten euch summa summarum 10 USB-Schnittstellen, 4x als 2.0, 3x als 3.0, 2x als 3.1 und ein weiteres Mal als 3.1 Typ-C-Header. Hinzu kommen zwei Grafik-Ausgänge, die euch mangels iGPU allerdings nicht weiter interessieren, zwei Klinkenanschlüsse plus TOS-Link sowie ein 2,5 Gigabit LAN-Port. Doch wie steht es eigentlich um das Herzstück des Gaming-PCs, nämlich um die Grafikkarte? Auch hierbei habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und mich für die AMD Radeon RX 6900 XT entschieden. Allgemein gilt dieses Grafikkarten-Modell momentan als besonders attraktiv für High-End-Gaming-PCs, da sie schon ab ca. 750 Euro erhältlich ist und sich optimal für leistungsstarkes 4K-Gaming eignet. Vergleichbare Alternativen von der Konkurrenz, wie z.B. eine RTX 3080 12 GB, sind hingegen eine ganze Ecke teurer und auch die anstehenden Radeon RX 7000er Modelle, werden mit ziemlicher Sicherheit nicht für unter 1000 Euro an den Start gehen. Mit einer RX 6900 XT seid ihr also preisleistungsmäßig bestens aufgestellt, wie wir gleich im Praxisteil nochmal genauer sehen werden. In meinem Fall kommt als Custom-Design das ASRock Phantom Gaming-Modell zum Einsatz. Ihr könnt euch aber natürlich auch für ein anderes Herstellerdesign entscheiden, je nachdem welche Ausführung zum Zeitpunkt des Kaufes eben auch günstig ist. Unter der Haube des Triple-Van-Kühlers schlummert hierbei eine Navi 21XTX GPU auf Basis der RDNA-2-Architektur, bestückt mit 80 Compute-Units und dementsprechend 5120 Shader-Einheiten. Der 7nm TSMC-Chip taktet laut Datenblatt mit bis zu 2340 MHz und verfügt dabei über einen üppigen 16 GB großen GDDR6-Videospeicher mit einer Transferrate von bis zu 512 GB pro Sekunde. Oben drauf gibt es eine graue Backplate mit roten Akzenten, einen RGB-beleuchteten Lüfter sowie ein seitlich angebrachter Phantom Gaming-Schriftzug, ebenfalls mit ARGB-Beleuchtung. Anschlussseitig stehen euch drei DisplayPort und eine HDMI-Schnittstelle für eure Monitore zur Verfügung und zur Stromversorgung benötigt diese Grafikkarte insgesamt drei 8-polige PCI-Express-Stromkabel. Und Strom ist auch schon das richtige Stichwort für die achte und letzte Komponente, bevor wir uns anschließend auf viele verschiedene Messergebnisse stürzen. Beim Netzteil handelt es sich nämlich um kein geringeres als das BeQuiet PurePower 11FM-Modell mit 850 Watt Leistung. Für einen Preis von roundabout 120 Euro bietet dieses Multi-Rail-Netzteil alles, was das Gaming-Herz begehrt. Vollmodulares Kabelmanagement, einen flüsterleisen Lüfter, 80 plus Gold-Effizienz, unzählige Anschluss- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten und 5 Jahre Herstellergarantie on top. Was will man eigentlich mehr? Soviel erstmal zum Theorie-Teil, doch jetzt muss ich das PC-System natürlich auch noch in der Praxis beweisen und genau damit machen wir im nächsten Schritt weiter. Hierfür habe ich als erstes die drei typischen 3D-Mark-Messungen durchlaufen lassen, namentlich den 3D-Mark Timespy, Firestrike und Port Royale. In ersterem Benchmark 3D-Mark Timespy auf Basis von DirectX 12 erreicht der Gaming-PC ein Gesamtergebnis von 19.869 Punkten bei 20.690 Grafik sowie 16.225 CPU-Punkten. Im anschließenden DirectX 11-Benchmark aka 3D-Mark Firestrike wiederum, erzielte das PC-System ein Score von insgesamt 42.877 Punkten, bei dem 58.296 Punkte auf den Grafik-Score sowie 38.630 Punkte auf den Physics-Score empfiehlen. Wenn es ums Thema Raytracing-Performance geht, darf natürlich auch der Port Royale-Benchmark keinesfalls fehlen, auch wenn Raytracing bekanntermaßen nicht die große Stärke von RDNA 2 ist. Darin bringt es die RX 6900 XT auf 10.125 Punkte. Zum Vergleich, eine RTX 3080 12 GB erreicht in dieser Disziplin durchschnittlich rund 12.500 Punkte. Die TGP, also die Leistungsaufnahme der GPU, liegt in allen Grafiktests bei maximal 280 Watt, während die Grafikkartentemperatur konstant bei unter 70 Grad landet. Der Prozessor hingegen genehmigt sich in den CPU-Tests zwischen 110 und 130 Watt bei einer Höchsttemperatur von 75 Grad. Im deutlich längeren und vor allem kernlastigeren Cinebench R23 Multicore-Test erreichen die PCORs des i5-Prozessors zwischen 75 und 82 Grad in der Spitze, was alles in allem noch völlig im Rahmen liegt. Im Ergebnis erzielt der 13.600 KF 22.970 Punkte im Multicore-Test bzw. 2002 Punkte im Single-Core-Benchmark. Doch wie wirken sich diese durchaus beachtlichen Messergebnisse letzten Endes auf die Spiele-Performance bzw. die FPS-Werte aus? Genau das wollen wir im nächsten Schritt gemeinsam herausfinden, indem wir das PC-System in 5 unterschiedlichen Spieletiteln auf die Probe stellen, sowohl in WQHD-Auflösungen, also 2560x1440p, als auch in 4K, sprich 3840x2160 Pixel. Die In-Game-Settings waren dabei stets auf sehr hoch bis Maximum eingestellt, es wurde keinerlei Upscaling verwendet und falls verfügbar, habe ich zur besseren Vergleichbarkeit auf den im Spiel integrierten Benchmark-Parcours zurückgegriffen. Los geht es mit den WQHD-Messergebnissen, die durchschnittlichen FPS-Werte jeweils in blau und der 1%-Low-Wert in grün dargestellt. CSGO und Valorant laufen wie zu erwarten war mehr als flüssig mit 634 bzw. 580 FPS Average. Im integrierten GTA 5-Benchmark wiederum rendert die Grafikkarte durchschnittlich 186 Bilder pro Sekunde auf euren Monitor, wobei die Spielszenen durch viele nervige Ruckler gestört wurden, auch bei mehrfacher Wiederholung des Benchmarks. Dieses Phänomen hatte ich schon häufiger bei GTA 5, In der Praxis allerdings, also in realen Spielszenarien, läuft das Game aber absolut butterweich. Gleiches gilt auch für Assassin's Creed Valhalla und Forza Horizon 5 mit nahezu identischem Ergebnis von 109 bzw. 110 FPS Average. In Cyberpunk 2077 landen CPU und Grafikkarte erstmalig unterhalb der 100 FPS Marke, doch bei maximalen Ingame-Settings können sich 92 FPS durchschnittlich und 72 FPS im 1%-Low-Wert absolut sehen lassen. Schwierig wird's vor allem, wenn ihr Raytracing aktiviert, denn in dem Falle fällt die Leistung um ca. 2 Drittel ab, liegt also nur noch bei 29 FPS im Schnitt. Anschließend habe ich die gleichen Spiele in 4K getestet und das hier sind die Ergebnisse. CSGO und Valorant sind mit 447 bzw. 608 Average FPS weiterhin super flüssig spielbar, Valorant sogar mit vermeintlich mehr FPS als im WQHD-Benchmark, was allerdings darauf zurückzuführen ist, dass jedes Online-Match unterschiedlich abläuft und die Ergebnisse sich somit nur schwer miteinander vergleichen lassen. GTA 5 hingegen ist mit 165 FPS im Schnitt nach wie vor überhaupt kein Problem für den PC, wobei auch der 4K-Benchmark mit den soeben bereits angesprochenen miesen Frametimes zu kämpfen hat. In Assassin's Creed Valhalla erreicht das System auf dem höchsten Preset 70 durchschnittliche Bilder pro Sekunde und in Forza Horizon 5 sogar nochmal 15 FPS mehr. Endgegner Cyberpunk zieht den Gaming-PC in Ultra-HD dann aber doch in die Knie und bringt es nur noch auf 44 FPS im Schnitt, mit Raytracing sogar nur noch läppische 14 Bilder pro Sekunde. In Sachen Stromverbrauch benötigt der Prozessor über alle Spieletitel hinweg zwischen 50 und 60 Watt, wobei er dabei durchschnittlich gerade einmal rund 50 Grad heiß wird. Die Grafikkarte hingegen zieht je nach Auslastung bis zu 280 Watt aus eurem Netzteil und liegt durchgängig bei unter 70 Grad GPU Temperatur, meist so bei roundabout 65 Grad. Jetzt wo alle Daten, Fakten und Benchmarkwerte auf dem Tisch liegen, kommen wir nun noch zu einem kurzen Fazit. 2000 Euro für ein Gaming-PC ist wirklich eine ganze Menge und ich bin mir sicher, dass viele von euch auch mit günstigeren PC-Systemen Spaß haben werden. Wer aber nach einem leistungsstarken und zukunftssicheren Gaming-PC vor allem für WQHD und 4K Gaming Ausschau hält, ist mit dieser PC-Konfiguration bestens bedient. Das System ist sein Geld auf jeden Fall wert und liefert euch die perfekte Mischung aus Preis-Leistung und Optik. Die Komponenten sind ausschließlich hochwertig gewählt, sind sinnvoll aufeinander abgestimmt und die Benchmarkergebnisse sprechen für sich. Falls du nun Interesse an diesem X-Ware Gaming-PC-Highlight gefunden hast, schau unbedingt ganz oben in die Videobeschreibung, denn dort habe ich dir die Kratos Computer Shop-Seite und die Konfiguration als Geizhals-Wunschliste verlinkt. Für weitere Fragen rund um diesen Gaming-PC hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Video und um auch zukünftig keine weiteren Kaufberatungen und Reviews mehr zu verpassen, vergiss nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.